Es bleiben Fragen zur Ausbildung von Prinz George, dem zukünftigen König des Vereinigten Königreichs. Das Eton College ist nach wie vor eine der etabliertesten Bildungseinrichtungen der Welt. Die Schule ist die Heimat der königlichen Familie und künftiger Premierminister. Das unabhängige Internat mit Sitz in Windsor hat dazu beigetragen, die Karrieren britischer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens voranzutreiben, darunter Boris Johnson, David Cameron und Prinz William und Harry. Prinz George galt als potenzieller zukünftiger Schüler in Eton und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Prinz William, der die Schule damals besuchte im Jahr 1995. Aber das Eton College ist möglicherweise nicht die Schule, an der sich Prinz George befindet, da Prinz William und Prinzessin Kate möglicherweise mit der königlichen Tradition brechen, indem sie umziehen. Der Junge ging laut Mail online auf das Marlborough College. Es häuften sich Spekulationen darüber, dass Prinz George in die Fußstapfen seiner Mutter treten und am Marlborough College in Wiltshire ausgebildet werden würde, da Prinzessin Kate kürzlich zum zweiten Mal in ebenso vielen Monaten die 47.000 Pfund pro Jahr teure Schule besichtigte, diesmal in Begleitung von Prinz George. Die Prinzessin von Wales hat kürzlich zum zweiten Mal in ebenso vielen Monaten die 47.000 Pfund pro Jahr teure ko-edukative Schule besichtigt, dieses Mal in Begleitung ihres Mannes und des zehnjährigen George. Kate soll kein Fan von gleichgeschlechtlichen Schulen wie Eton sein. Berichten zufolge hasste sie ihre Zeit im Downhouse, einem reinen Mädcheninternat in Berkshire, wo sie angeblich von Mobbern angegriffen wurde, absolut gehasst. Bericht auf den Entfang von der Boden durch gesicht. Schätztлив Watch W recognise ein Eingrchen durchgeband sie zu einer Zillatanat in den ersten Mal an, Die Schaden sind ein Eingrchen, der Ellis journeys mit Lassen hat es le rather schade und stepped aus.